DIY vs. Kit PID Temperatur ist ein wichtiges Thema beim Espressobrühen. In diesem Video geht es um einen kurzen Überblick über vereinzelte PID-Projekte, um die Temperatur an deinem Siebträger zu steuern. Und darum, warum ich mich bisher noch dagegen entschieden habe. Mit einer PID-Steuerung, einem Temperaturregler an deiner Siebträgermaschine, zielt man darauf ab, dass man mit seiner Maschine einerseits über den gesamten Brühprozess eine konstante Temperatur erreicht, aber auch die Temperatur an seine Kaffeebohne anpassen kann. Von vielen empfohlen, und auch ich habe des Öfteren erwähnt, dass es bei einem Einkreiser wie die guten Einsteigermaschinen, der Rancilio Silvia oder die Gagia Classic sinnvoll sein kann, eine PID zu verbauen. Wenn du keine Videos zu Kaffee- und Siebträgertutorials verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Also, welche Varianten gibt es? Generell habe ich PIDs in zwei Kategorien aufgeteilt. Es gibt die DIY-PIDs und die KIT-PIDs. DIY meint in dem Fall Do-It-Yourself, also ein verhältnismäßiger hoher Eigenanteil, den man bei Zusammen- und Einbau einbringen muss. Als KITs verstehe ich nahezu fertige Pakete, die man sich bestellen kann und man sich mit weniger Aufwand meist auch selber einbaut. Das hier sind PIDs, die in meine engere Auswahl kamen und natürlich meine Einschätzung dazu widerspiegeln. Falls ihr weitere gute oder schlechte Erfahrungen mit selbigen oder anderen PIDs gesammelt habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, damit sich andere daran orientieren können. Links und Informationen zu den Projekten habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Die DIY-PIDs und zuerst die Brunner oder auch Clever Coffee PID. Eines der bekanntesten Projekte, die ich persönlich kenne. Vor dem Umbau kann man sich zwischen verschiedenen Ausbaustufen entscheiden, ob man lediglich die Brühtemperatur regeln möchte oder ob es mehr als das sein soll. Präinfusion, Steuerung nach der Brühzeit oder im Endstadium sogar die Drucküberwachung. Je nachdem kann man sich an einer Bestellliste orientieren und anhand eines Handbuchs langhangeln. Man kann sich beim Einbau an verschiedenen Bauberichten orientieren. Das Projekt hat einen eigenen Chat, wo einem bei Probleme weitergeholfen werden kann. Weiterhin gibt es die ITO oder ITO PID. Der Gründer dieses Projektes, unter anderem im Kaffeenetz als Faustino vertreten, hat diese PID dort in einigen Threads vorgestellt. Nach meinen Eindrücken kann die PID vieles, was die vorherige PID auch kann. Wenn nicht sogar etwas umfangreicher. Aber ich bin da auch kein Experte. Zwar ist sie als Paket in einem mehrteiligen Kit bestellbar, allerdings kommt es mir im ersten Moment auch so vor, dass man etwas mehr Arbeit reinstecken muss. Allgemein zu DIY-PIDs kann man sagen, dass man wahrscheinlich in vielen Fällen etwas günstiger vom Preis wegkommt, als wenn man sich ein fertiges Kit kauft. Wie hoch der Preis dann letztlich ist, variiert, wie viel Funktionen verbaut werden sollen. Letztlich lassen sich ebenfalls einfacher Umbauten oder Verbesserungen durchführen, weil man in der Regel vieles selber verbaut und es dann auch besser ersetzen kann, wenn vielleicht etwas kaputt geht. Hinter beiden steht außerdem eine große Community, an der man sich in Fragen wenden kann. Richtig praktisch ist auch die Steuerung per Smartphone-App. Kommen wir zu den eher negativen Punkten. Die Bestellliste der einzelnen Projekte hat mich persönlich etwas abgeschreckt. Man braucht definitiv ein gewisses Know-how an Elektronik, um so etwas zusammenzubauen. Hilfreich wäre, wenn man schon einiges Equipment, zum Beispiel einen Lötkolben, zu Hause hat. Zeittechnisch wird es auch sicher etwas länger brauchen und man muss sich etwas in die Thematik hereinfuchsen. Meiner Meinung nach kann es definitiv sinnvoll für Leute sein, die sich bereits in dem Thema auskennen. Da ich elektrotechnisch zwei linke Hände habe und meine Zeit nicht unbedingt für so ein Projekt opfern möchte, waren die DIY-Projekte für mich von Anfang an raus. Aber wie gesagt, nur aus meiner Perspektive. Als nächstes die KIT-PIDs. Manche Menschen sind einfacher gehalten, besonders wenn es um Handwerkliches geht, mich inbegriffen. Damit sind wir bei den KIT-PIDs. Die wohl bekannteste in dieser Kategorie ist wahrscheinlich die Auba-PID. Größenteils bekannt aus den USA und Seattle Coffee Gear ist sie ein kleiner Kasten, der bei vielen rechts neben der Brühgruppe unter der Maschine hängt. Dann lässt sich bequem über Tasten die Temperatur anpassen und der Shot steuern. Es gibt in Deutschland einige Anbieter auf eBay, die die Auba-PID hier verkaufen. Ich habe allerdings von einigen schon gehört, die sie direkt aus den USA bestellt haben. Der Preis liegt da ungefähr bei 150 Euro. Das Problem, welches ich persönlich mit der Auba-PID hatte, war die Ästhetik. Einerseits ist es unter Umständen nötig, ein Loch in die Wand der Sylvia zu bohren, damit das KIT festsitzt. Vielleicht lässt sich das aber auch anders lösen. Generell war sie mir allerdings etwas zu klobig, was Instagram-Fotos und so weiter anging. Generell scheint sie mir aber eine gute All-in-One-Lösung zu sein. Eine weitere Alternative, die bei mir in die engere Auswahl gekommen ist, ist die MeCoffee-PID. Das One-Man-Projekt aus den Niederlanden. Über dieses KIT haben mir bereits zwei meiner Follower auf Instagram berichtet, die beide sehr zufrieden schienen. Ich hatte es ebenfalls auf dem Zettel, weil es vom Anspruch her genau mir entsprach. Es ist ein KIT, welches man sich kauft, preislich ungefähr bei 140 Euro, und man kann es dann mittels Anleitung und relativ wenig Zeitaufwand anschließen und ausprobieren. Der Einbau schien nach den Erfahrungen relativ einfach zu sein. Zusätzlich gibt es eine App, mit der man Temperatur, Präinfusion und Druck steuern kann. Das Beste daran, dass es unsichtbar in der Maschine verschwindet. Deswegen war es mit das Einzige, was für mich wirklich in Frage kam. Etwas unsicher war ich allerdings, was den Support angeht. Über Reddit berichteten viele darüber, dass sie keinen Ansprechpartner erreicht haben. Viele Reviews waren gut. Es gab jedoch auch einen großen Anteil, der nicht zufrieden war. Natürlich doof, wenn es beim Einbau oder Verwendung zu Komplikationen und Problemen kommt und man dann niemanden erreichen kann. Dafür gibt es dann natürlich viele im Internet, die dir eventuell helfen können. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich noch nicht dazu durchringen konnte, das KIT final zu bestellen. Allgemein zu KIT-PIDs, der Zusammenbau ist in vielen Fällen schon erledigt und der Einbau relativ einfach gehalten. Zum Einbau gibt es meistens schon einige Anleitungen auf YouTube, weil einige diese KITs nutzen. Gute Funktionen bringen beide mit. Einziger Nachteil natürlich der Komplettpaketpreis. Aber letztlich würde ich sagen, dafür ist der Aufpreis gerechtfertigt, wenn dir die Arbeit abgenommen wird. Falls ich deine oder eine gute PID, die du kennst, nicht genannt habe, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Warum habe ich mir bisher noch keine PID geholt? Bisher gab es einige Anfragen, ob ich zukünftig auf eine PID umsteige. Deswegen wollte ich euch in diesem Video meine Einschätzungen zu dem Thema geben. Ich muss sagen, obwohl viele Profis direkt geraten haben, sich eine PID anzuschaffen, wollte ich es vorher erst ohne versuchen. Ich wollte die Thematik erst selber erforschen und wollte herausfinden, warum es vielleicht unbedingt nötig ist, die Temperatur vom Espresso mit einer PID zu steuern. Dazu kamen dann natürlich noch Corona und etwaige finanzielle Probleme. Mittlerweile ist die Sensorik bei mir immer besser geworden. Und ich merke auf einmal, wenn ich einen Espresso komplett gleich beziehe, wenn er auf einmal etwas anders schmeckt. Temperatur surfen zur Reproduktion der Temperatur gelingt oft. Jedoch ist es auch häufig beispielsweise von Heizphasen abhängig, wie ich festgestellt habe. Manche Heizphasen schießen dann beispielsweise über eine Temperatur hinaus und ich brühe plötzlich mit einer anderen Temperatur. Ich habe also gemerkt, dass ich mich nicht immer darauf verlassen kann. Eigentlich wäre es dann ungefähr vor ein paar Monaten Zeit gewesen, sich eine PID anzuschaffen. Doch ich stand vor einer anderen Entscheidung. Ihr werdet bestimmt schon mitbekommen haben, dass wir hier zu Hause viele Milchgetränke zubereiten. Und da habe ich mich oft gefragt, ob es nicht sinnvoll ist, einen Schritt höher zu gehen. Mit immer mehr Besuch von Freunden und Familie würde ich bestimmt die Vorzüge eines Zweikreisers zu schätzen wissen. Die Sylvia mit einer PID auszustatten und sie im Anschluss wieder zu verkaufen, machte für mich nicht so viel Sinn. Also sparte ich ein wenig und werde nun einen neuen Weg einschlagen. Im neuesten Community-Post auf YouTube könnt ihr abstimmen und vielleicht erratet ihr ja, welche von den Maschinen es wird. Auflösung folgt natürlich. Um keine neuen Videos auf dem Kanal hier zu verpassen, gerne abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like und wir sehen uns im nächsten Video wieder.